Moin, ne? Komm her. Hallo. Moin, ne? So. Komm her. So. Ist ja Oldenbauer der Gelbe, ne? Und du bist ein neuer von heute Morgen, ne? Ja? Du darfst auch schon mit spielen. Hopp. So. 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 Du bist von Reisewelli, ne? Du bist von Reisewelli, ne? Du bist von Reisewelli. Alte Dame. Komm her. So. Hm? Alles gut? Ja? Irgendwo da? Hm? Komm her. Hm? So. So. Herr Viermann, ne? Das ist Herr Viermann. Komm her. So. Das war der Herr Viermann. Du bist von mir hingefetzt, ne? Du bist noch nicht hingefetzt, ne? Nein. So. Alles gut hier? Alles gut? Komm her. Hm? Alles ist gut, ne? So. Ja. Super schön. Und das hier nochmal, ja? Kaiser wieder, ne? Wir hoffen, dass Max ein bisschen mehr für Kassel ist, mal, ne? So. Dass du auch ein Kasselvolles Leibst, ne? So, ja. Hm? Ja? Komm her. Dass du auch ein Kasselvolles Leibst, ne? So. So. Hm? Ja? Suchst du mal in die Kamera? Ja? Suchst du mal in die Kamera, du? So. Ja. Hm, hm. Guck mal. Hm, was ist hier los? Hm? Hm? Selber Schneeball. Du bist noch reserviert bis heute Abend, ne? Du bist noch reserviert bis heute Abend, dann sehen wir weiter, ne? Ja? Ja? Hm? Hm? Guck mal her. Das ist der zweite Oldenburger, ne? Ja? Das ist der zweite Oldenburger, ne? Na? Komm mal her. Hm? Ja? Was ist los? Ja. So, dann machen wir da oben. Hinten wir da. Komm mal her. Hallo. Hör mal die alten Damen. Komm mal her. Ja? Hier haben wir das. Klickbein. Hm? Unser Knickebeinchen, ne? Ja, siehst du das? Unser Knickebeinchen, ne? Komm, und geht's dir gut? Ui, ui, was war das denn, ne, von mir? Ja, hier mal, der Herr Viermann war das, ne? Der Herr Viermann, haben wir hier hinten auch mal was zu tun, ja? Haben wir hier hinten auch mal was zu tun, ja? So, wer bist du denn, ne? Der Grün stinkt, ne? Für die Ute, ne? Der Grün stinkt für die Ute aus Lever, ne? Ja. Der Grün stinkt für die Ute. Und wir? Na? Der grüne Reise-Welly, oder? Ja? Hildegard? Und ich bin Hildegard, ne? Die Wilde Hildegard, ne? Ich bin die Wilde Hilde, ne? Und ich bin auch schön, ne? Ich bin ja da nicht, doch, ob bist du doch, ne? Bist du doch, hast nur deinen Ring verloren, ne? Hast du deinen Ring verloren, deinen Blauen, ne? So, Hildegard? Die Wilde Hilde hat ihren Ring verloren. Hopp! Da sind wir noch mal üben, ne? Da sind wir noch üben, ne? Komm mal her! So, hm? Ich hab... Was ist jetzt hier, hm? So, da sind wir noch üben, ne? Ja, alles gut hier? So, alles gut mit uns beiden. So, du hast noch der Teil der Ring, ne? Du hast noch der Teil der Ring, komm mal her! Komm her! Gut! Gut! Brauchtig, ne? So! Hallo! Nicht wieder da oben hin, gleich! Nicht wieder auf der Schrank, ne? So! Sag mal! Na, Madame! So! Nicht wieder gleich auf der Schrank, ne? So! Alles gut? Alles ist gut, ne? Und? So! Und drehtma... Und drehtma... Und drhtma. Na, dann kannst du noch alles gut reden, ne? So! So! Dann kannst du noch alles gut ran, ne? So! Komm her, ja. Hopp! Da, ja. Hier wird sich schneller, ne? So, ja. Immer so ein Tier hinschieben, ne? Ja. Hildegard. Seht ihr Hildegard, Urlauber, hm? Und da können wir Hildegard mit Aua. Ne, ich kann dich nicht sehen. Aber irgendwann erwischt es nicht, ne? So, schau mal hier. Irgendwann erwischt es nicht, ne? Hildegard, hm? Was war das? Komm her. Hallo. So. Was war das, hm? Hier läuft der Film, ne? Komm her. Hier läuft der Film, ne? Die Reise will ich hin. Hier läuft der Film, die Reise will ich hin. Wie viele Leute, die noch werden wollen, ne? Ja? Ja? Urlauber. Ja? Und ein paar Tage hast du noch, ne? Ja? 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 Schau mal. Die können wir ja auch schon aufnehmen im Geschäft, ne? So. Hm? So. Ein ganz ruhiger Geselle, ne? So. Bist du ein ganz ruhiger Geselle, so, hm? Ja? Aha. Peker. Und ein ganz ruhiger Geselle, ne? So. Bist du das? Und. So, den haben wir denn noch, ja, mit dabei, so, das ist nicht hier, Wolken, hm, kleine Wolken, da haben wir, ja, dann stammt das wieder hier, hm, und, so, hallo, hallo, keine Angst, ja, komm her, Alter, wie bin ich, hallo, äh, komm her, okay, hallo, na, da muss ich aber aufpassen, ne, so, so, muss ich da aufpassen, komm her, komm her, dann komm sie nach drüben, ne, dann komm der nach drüben, ne, so, ja, alles gut, hm, komm her, hm, so, da haben wir noch einen, ne, dann haben wir noch einen, ne, komm her, ja, hallo, so, hm, du, alles okay, ja, du, willst du ein Maxi-Probe werden, willst du ein Maxi, komm her, hm, du bist schon wieder weg, ne, gut, so, bist du schon wieder weg, ja, hm, hm, so, ja, du bist, glaube, noch Berlin, ne, hm, bist du der Berliner, ja, bist du der Berliner, so, das reicht auch, ne, oh, ah, so, hm, der Berliner bist du, ne, ja, so, keine Ratschen, ne,